Ge-Crackt bei mir unten Peek doch nicht weiter, wenn du ge-Crackt warst, Mann Näääääää Und bist du dann halt wirklich gut genug bist, um da mitzuhalten, Digga? Dauert halt, ja. Dauert halt, wirklich. Den klassischen Octane gemacht, ja. Moin zusammen, was geht? Wir kommen zurück zum allerersten Season 14 Gameplay auf dem Kanal. Mal korrekt, dass ihr am Start seid und es tut mir zuallererst mal leid, dass ich die ganze Zeit nicht geuploadet habe. Ich war irgendwie in so einem Loch drin, keinen Bock mehr auf die letzte Season gehabt. Und dann jetzt einfach mal ganz entspannt reingestartet, ohne mir irgendwelchen Druck zu machen von wegen, ja, jetzt komm, jetzt musst du irgendein Video raushauen, einfach nur damit du ein Video raushaust. Aber wir sind zurück und ich muss sagen, ich denke, diese Season wird eine Pub-Season ganz entspannt reinspielen. Und ich will auch gar nichts hier verraten von dem Video. In den letzten Kommentaren stand ja zwischendurch, dass ich ein bisschen zu viel Spoiler in den Intros. Ich gebe euch heute einfach nur eine kleine Runde mit Octane. Sehr, sehr korrekt geworden. Und ich muss echt sagen, Season ist jetzt eine Woche alt. Ich finde es echt sehr, sehr nice. Ranked habe ich noch nicht wirklich angefasst. Ich denke mal, ich werde viel Pubs diese Season spielen, einfach nur, weil ich richtig, richtig viel Bock drauf habe. Und es macht wirklich Spaß. Es sind gute Runden dabei. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie eure Pub-Games laufen, wie ihr die Season verbringen werdet. Zockt ihr Ranked, zockt ihr Pubs oder zockt ihr gar nicht, weil euch die Season komplett auf den Sack geht. Würde mich mal interessieren. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Octane-Gameplay. Rocky ist am Start. Wir duo queuen in Trios. Viel Spaß mit der Runde. Vergesst nicht zu abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen. Wenn es euch gar nicht gefallen hat, lasst ein Dislike da. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Haut rein. Viel Spaß. Und bis denn. Ich komme mal hier runter. Wird hier schon sein. Die nehme ich dann mit. Äh. Falls du das brauchst. Ich habe auch nur ein Rundes und das war's. So. Oh, Storyline. Habe ich komplett überlesen. Wen mainst du dieses Season oder wechselst du nach Lust und Laune? Ich denke mal, ich wechsle dieses Season nach Lust und Laune. Mal gucken, je nachdem, ob ein Ranked ansteht. Äh. Werde ich mich wahrscheinlich wieder auf eine Legende einspielen. Aber so. Also. Gedanke jetzt ist auf jeden Fall. Ich wechsle zwischendurch. Ich mache jetzt was Dummes. Wir sehen uns. Ich nehme jetzt Hubs. Du machst das? Nichts getroffen, Alter. Dein Pad, Bro. Was war das denn? Was hat das denn für eine Hitbox, Alter? Oh, ich werde von da an gesnipet, Digga. Mit Vantage. Mit Vantage. Ah. Ich warte eigentlich nur auf ein neues Pad, damit ich direkt... Oder komme ich mit einem Stim auf das Dach da? Hier vorne auf das Haus. Verkackt. Äh, die müsste hier in dem Haus vor mir eigentlich sein. Wahrscheinlich Banar. Und dann war es das. Oh, der hat so eine geile Vault. Hör damit. Zack. Ich höre hier was hinter mir ansneaken. Ja, der musste jetzt sein. Ja. Zu dir. Dieser scheiß Ulf raus. Der andere Squad grieft gerade brutals rein in das Game. Ich weiß nicht genau, wie ich pieken kann, dass sie mir links nicht eine Vantage in den Arsch schieben. Irgendein Sniper. Das ist ein Besonder. Oder wenn nicht. Das ist ein Rad. Hier vorne. Das ist ein Posten. Okay. Oh, what the fuck? Oh, what? Okay, ich würde sagen, dass... Ich gehe sehr weit. Ja, passt für mich. Oh, vor mir ist was. Ja, das dürfte das Team von gerade sein. Design, right? Design, right? Mirage ist down aus dem anderen Team. Zwei down. Oh nein, das grieft nicht das Team. Ich habe zwei aus dem ersten Team down. Ich gehe jetzt hier drauf. Äh, ich versuche zu fliechen. Aber ich komme, ich muss hier die ganze Treppe nehmen, Alter. Das dauert. Big. Danke dir. Ich höre noch nichts. Bei mir ist alles wunderbar soweit. Macht echt Laune. Also Pups, die dieses Heese sind echt super. Kann ich nicht anders sagen. Nice, nice, nice. Big, big, big. Habe einen down, habe einen down. Einen down, einen down, einen down. Oh mein Gott, die ist zu low. Das andere Team grieft. Nur leid. Nur noch die Kiefe. Bevor du jetzt da reinsprichst, ich habe keine... Sorry. Ja, ich habe einen hier nockt. Ich habe eine low bei Hand neben one gehabt. Ja, stark, Morris. Guter Arc. Ja, warte kurz. Ich auch nicht. Die werden von hinten angemappt, so wie das aussieht. Na, alles gut, alles gut. Ich kann das nicht richtig piken, Alter. In diesem Tunnel wird es wirklich. Haben wir hier ein bisschen Muni? Ja. Nein, 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 nein. Hier ist eine Volt mit 200 Muni. Okay, dann nimm, dann nimm, dann nimm, dann nimm. Okay. Dann nehme ich die Volt. Kommen die wieder? Kommen die von da? Ja, das sei. Ich nehme mal eben ein goldenes E-Meg wieder. Jep, 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 jep. Lass du raus, lass raus, lass raus. Ich habe Pat. Ich bin mega gehypt von der neuen Season, nachdem ich mich persönlich für Season 13 als schlechteste gekürt habe. Echt? Echt? Ich feiere sie brutal. Ich muss wirklich sagen, ich feiere sie brutal. Das macht mega Spaß. Daumen, das ist so fett. Ja. Uh, starker Hit, Alter. Oh, ich habe gerade böse Dinge mit denen getan, Alter. Sehr gut, sehr gut. Geh rein. Die bleiben wieder gerade. Die haben schon aufgehoben. K-Straus. Hier rechts ist ein Highground, glaube ich, oder? Kann man ja nennen. Ich habe einen für 45 getroffen. Ich habe keine Bats, Alter. Hinter uns. Aber glaube ich, nur in Solo. Lobe, äh, hier, die Wände, äh, die... Ab hier, einen down. Ei, 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 ei. Season 13 war die schlechteste. Ja, bin ich deiner Meinung. Bin ich, glaube ich, deiner Meinung. Du hast nur eine Hand, oder? Okay, er pusht. Ich pushe das. Ja. Wo ist sie? Da, äh, weiß. Ich glaube. Das kommt gerade irgendwie nach da. Ich brauche Energy. Ich muss zu dir kommen. Ah, kein Stress. Ich höre die hier. Hier unten. Äh, ich habe noch von oben nach unten aimen wollen. Das war gar nichts. Ist da E drin? Ja, ich muss heilen. Ja, ja, vorsichtig. Hier ist was. Neues Team drin. Ich gehe raus. Ja, wohin? Ich nehme Pat, ich nehme Pat, ich nehme Pat, ich nehme Pat. Also. Ei, 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 ei. Ich habe noch 22 E. Das ist ein bisschen unlucky. Aber ich habe 70 für die Wingman. 40. Linke Ecke da. Und von da, Bro. Wer bist du denn, Mann? Ich drücke mir die ganze Zeit Zellen. Wenn wir zu dem. Lass ihn. Sprung gerade. Lass mal da hin, oder? Wir gehen da rüber. Ja, äh, äh, äh. Easy. Ich glaube dahinter. Wir nehmen den wahrscheinlich raus, oder? Ja, schön. Drinnen. Ist das rechts, ja. 90. Direkt an der Tür, ich tritt die auf. Gleich eins aufs Maul. Arm, down, 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 down. Ich muss droppen, Rocky. Alles gut, alles gut. Ich glaube, es ist noch ein Caustic. Okay, ich komme. Ei. Ja, ich wurde von hinten gegrieft, Alter. Ich habe den Mirage eben rausgenommen. Der ist hinten raus. Der Caustic. Nicht die Tür. Der muss hier rein. Der muss hier rein. Scheine. 100 auf den Caustic. Geradeaus, linke Tür. Der kommt jetzt nach. Ach, fuck. Der ist direkt strapp. Ich sehe einfach nichts. Ah, der Mirage, so big. Der hat so viel E gehabt. Wo ist er denn jetzt raus? Ah, da ist er tot. Die Patten rein, die Patten rein. Ein, one. Noch ein super low. Ich gehe da rein. Ja. Seite, 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 Kompass. Ich gebe mir nur... Ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Ich bleibe wieder. Ich stoppe hier, runter. Unterdruck. Unterdruck. Ja. Ja. Auf welcher Seite bist du? Digga, mein Aim. Hier kommt er. Gleich kamst du wieder mit dem. Wo bist denn? Du außen? Ja. Ich habe noch einen Phönix. Ja. Hier. In die Sonne gucken, ist ja super cool. Ich habe noch 100 Light. Ich spiele E. Hier sind 300 drin. In der Box da. Das war kein Red, sondern ein Gelockter, der hier gezielt hat. Das war kein Red, sondern ein Gelockter. Gehen wir hier hoch schon? Würde ich sagen, oder? Ja, ich glaube, es ist ein Grasgold, der Schulte. Das war jetzt das Ende der Runde, Alter. Okay. 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 Was sind denn eure Winkel, Alter? Das war jetzt das Ende durch die Runde. Das war das Ende in der Runde, Alter. Das war das Ende in der Runde. Alter, hallo. Danke für dein voller OG Old Gamer, was geht? Linia, danke fürs GG.